Ich habe heute meine Freunde auf die maximum grusigste Art als SCP erschrocken. In Minecraft erschreckt, das Format ist endlich back. Lass den Like da, welche SCPs alle vorkommen, wen es komplett aus dem Hocker gehauen hat bei dem Jumpscare und wer bis zum Ende tapfer überlebt hat oder auch nicht, seht ihr heute, abonniert mich für die 1,7 Millionen. Das Format ist ultra aufwendig. Aber jetzt erst mal, wer ist denn alle dabei? Hi Leute, ich bin nochmal Chaos von 40 und willkommen heute zu einer neuen Folge Minecraft erschreckt. Ein Format, was bis jetzt nur zwei Folgen hatte, weil das ist eines der krassesten und teuersten Formate auf meinem Kanal. Und heute haben wir dabei den Rhydi, der König der Nasen. Ich bin teuer. Mit dabei ist Easy, die Königin der Herzen. Easy, 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 was geht? Mit dabei ist Lukas, der... Was geht? Ich bin reich. Der König, der König des Geldes. Mit dabei ist Gambo, der König... Ne, der ist ja eigentlich kein König. Der Roten Nasen. Und mit dabei ist Ryan, der König der Schokolade. Ja, Mann. Und ich erschrecke die heute, wenn ich hinten stehe, hören die mich nicht, als SCP. Ich habe nämlich ganz viele SCPs rausgesucht. Und ihr... Guck mal, jetzt hört ihr mich wieder, gell? Ja. Guck mal, wenn ich weiter hinten gehe... Komm, oh, die große Nase. Okay, das ist sehr cool. Wenn ich hinten bin, sehen die mich nicht. Und nur hier vorne kann ich mit euch sprechen. Ihr müsst heute das alles durchqueren. Das ist sehr, sehr lang. Und ihr müsst die SCPs überleben. Und ich... Ich warne euch schon mal. Es wird sehr, sehr creepy. Ryan, du guckst gerade schon hier... Oh, guck mal, Luca, das passt eigentlich zu dir, was ich gerade einhabe. Das Zero-Cycle-Overprint. Hä? Yo, guck mal, hier sieht man es. Es brandt neu im Shop, Leute. Wenn ihr mehr Folgen erschreckt oder andere krasse Formate habt, wollt ihr dann gönnen durch das. Weil es fließt in so Formate. Weil alles hier... Es gibt über 500 Command-Blocks hier in der Folge heute. Es wird nur für die Folge programmiert von den Besten der Besten. Nämlich von Gambo. Programmiert. Nein, Spaß, Gambo hat das nicht gehört. Doch. Das Gambo hat auch nicht über die Linie. Also gönne ich das hier. Es gibt hier auch als Poster für euer Gaming-Zimmer ein Zero-Cycle-Design. Auch alles von der ganzen Cover-Kollektion. Und es gibt sogar Schlapfen mit meinem Design. Seht ihr das? Schlapfen. Ja. Könnt ihr euch alle auf shop.krasse.com gönnen. Aber ich würde sagen, ihr könnt die Rote Linie natürlich übertreten und es beginnt. Schnell. Ich bin hier oben. Okay, Leute, die haben wir für euch. Gammbo, pass auf, pass auf, pass auf. Ich kann hier Sachen machen. Guck mal, hier hören die mich nicht. Was ist das? Es geht. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Sorry, Leute, das war mein Magen. Ich bleib hier sitzen. Ist das okay? Gambo, ist ihr gepupst? Ding dong, ding dong. Okay, die haben wir wirklich gepupst? Nome Blöcke sind ein Geräusch. Und es gibt später noch ein paar andere Farben. Gibt's Secrets? Will ich die Erste sein? Geht vor, ihr geht vor. Ryan, ich suche die ganzen Rainbow Crates. Ja, ich suche irgendwie Secrets oder so. Ach, hört euch. Was ist das? Oh, nein, nein, nein. Hä? Na, okay. Ey, aber ich hör das so. Ey, ich geh nach vorne, ich geh nach vorne, ich geh nach vorne. Das Ding ist, ihr seht nur gerade, ihr seht gerade nur unten bei euch. Aber ich seh die ganze Map hier im Überblick. Flo, was machen die Lina denn, Blöcke? Das finden wir jetzt raus. Nein. Was seht ihr denn hier unten? Guck mal, ich seh Küche. Gambo, du konntest nicht was zu essen machen. Für die ganze Game. Mach das mal, Gambo. Warum ist hier Blut? Warum ist hier Blut? Nein, es ist Ketchup. Oh, feilende Skelette. Lass mal schauen, was ich dazu sagen. Das ist nämlich ein Event, wo was passiert. Die Lina nennt es nämlich so Atmosphäre-artige Sachen, die passieren können. Schaut euch die Räume ganz genau an. So viel kann ich... Guckt euch die Räume ganz genau an. Aber guckt hinter euch. Ich hab gelogen. Komm, wir müssen weiter gehen. Ihr seid nicht alleine. Ja, wie laut ist das? Oh. Oh mein Gott. Gambo, geh mal vor, bitte. Nein, ich will nicht vor. Hör rein, was machst du da gerade am PC? Ich gucke an meinen Lieblings-Youtuber Chaos-Flo 44. Und was machst du da? Erstmal allein. Und abonnieren für die 1,7 Millionen, Leute. Die will ich bis Ende des Jahres schaffen. 1,7 Billionen Abonnenten. Ja, ja. Und Leute, abonnieren doch mal alle anderen Schirren. Gambo, Rein, hast du 100k schon? Äh, nee. Ja, und Lukas, die wollen alle nämlich die 1 Million, die es hier schaffen, Leute. Also abonniert mal. Oha. Oha. Oha, sie will die 1 Trillion. Ich hab mir gerade was in deinen Schock geholt. Hä? Aber nicht auf meine Karte. Das ist für die Zuschauer nichts über. Okay, was haben wir jetzt nächstes? Wandernde Maske. Ja. Hält sie irgendwas? Nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist hier die Seine? Mach das weg, mach das weg, mach das weg, mach das weg. Ja, okay. Oha. Lass weiter, lass weiter, lass weiter. Schnell, schnell, schnell. Die Pferde. Ey, ich sag euch nur so. Der, der als letztes, der Schlusslicht macht, der hat, dem wird es nicht gut gehen. Aber dem, der als erstes läuft, geht es nicht gerade besser. Nein, 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 ich bin die Letzte. Ich gehe weiter. Okay, hier machen wir mal einen Realitätswechsel. Oh mein Gott. Hier war Blut auf dem Boden, hier war Blut auf dem Boden. Aber es war wieder schon wieder. Ja, au. Aber seht ihr? Ihr werdet beobachtet. Es ist 0 Uhr, Leute. Das Ding ist, Leute, die anderen wissen nicht, dass das Command-Blöck sind. Die denken wirklich, die spielen einfach nur in einem normalen Ding hier. Ich kann mal da hoch. Hä? Warte, Rainy, Rainy, mach mal die Tür auf hinten. Was für eine Tür? Rainy, du machst das. Wo ist die Tür? Da klopft jemand. Hier ist er abgesperrt. Hä? Sie hat das System getriffelt. Ja. Es geht hier nicht rein. Aber Leute, jetzt geht es zu einer echten richtigen Sache. Guckt euch mal das hier an. Äh, Leute. Das ist nämlich SCP-035. Und komm mal, Leute. Ich werde jetzt nämlich zu dem hier. Boom. Und das wird die erste richtige Erschreckung. Warte. Äh, seine Augen. Ich gehe weiter, ich gehe weiter, ich gehe weiter. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wow. Hä? Ja, was war das? Ja, jetzt baiten wir die, jetzt baiten wir die. Ja. Ey, du schickst mich rein. Nein, 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 nein. Irgendwie ein SCP. Einer von uns. Was war das? Oh mein Gott, du bist ja von uns. Hey, jetzt sind wir noch hinter uns. Der Killer kommt. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Der Killer kommt. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Das ist nicht wahr. Und das, meine lieben Freunde. Hä? Wie schnell? Nicht Lakritz. Achtet mal, achtet mal auf eure Umgebung ein bisschen. Da hinten ist jemand, der will euch begrüßen. Wo? Da hinten? Erscheinende Statue. Ich glaube, das wird SCP-N-73. Äh. Ich glaube, wir sollten weitergehen. Ey, was passiert hier? Seid ihr euch sicher, dass ihr dort weitergehen wollt? Nein, der war... Gampo, pass auf. Ich glaube, ich soll es nicht zurück. Oh mein Gott. Habt ihr lacht? Hier? Vorbei, schnell, beeilt euch. Ich will nicht, ich will nicht. Hihi. Oh mein Gott. Stell, 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 stell. Gampo, du hast einfach mit denen geküsst. Alter, ich bin gespannt. Ich bremde euch mal ein paar Zähne ein auf Perspektiven von denen hier. Das wird richtig cool. Okay. Ihr habt es geschafft. Gampo, hast du noch ein bisschen grühen Lippenstiften an deinen Lippen. Nein, nein, nein. Nein. Okay. Einer von euch ist leider von euch gegangen. SCP-035. Ey. Die Maske hat jetzt Besitz von ihm ergriffen. Ey, Leute, geht mal weiter. Ich spüre, dass es ein Vorteil ist. Ey, das sieht nicht gut aus. Das hier war nämlich erst ein SCP. Ja, ey, das kann doch nicht so schön. Na, du! Hä? Wie ist das eingebildet? Ihr habt das auch gesehen. Was war das? Was war das? Oh. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ist das krank? Wer hat mich geschlagen? Das war Ryan. Das war Garmot. Ey. Ihr werdet jetzt gerade beobachtet. Von wem werden wir beobachtet? Aus der Finsternis. Aus der Finsternis. Lass uns mal alle an den Tisch setzen, geh erst mal. Der Stalker. Soll ich einfach hierbleiben? Ja, einfach. Ich seh erst mal im Klo. Hallo, ich bin ich weiter. Ich geh da runter, das ist ein SCP. Ich bin dafür, dass Easy Up jetzt weiter vorgeht. Hä? Wieso denn ich? Was ist die für eine Bespreise? Weil wir hier sitzen. Das haben wir jetzt gerade besprochen. Okay, einer von uns. Einer von uns muss da muss ich sein. Ich mach das. Da vorne kommt gleich der nächste SCP. Mal schauen. Oh, eine Toilette ist jetzt echt gut gerade. Höh! Oh, der Raum ist druselig aus. Der kam wohl zu spät. Oh, ein Doppelkuchen. Oh, Leute, ein Doppelkuchen. Selbst essender Kuchen. Oh, lecker. Was? Denk hat einer von euch. Mal, 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 ich hab ein Essen. Guck, wir können noch einmal machen. Die hören mich gerade nicht. Ich weiß das nicht. Ah! Hä, der isst von selber? Okay, wer von euch ist das? Der Kuchen besteht nicht aus Süßigkeiten. Vielleicht weiß einer von euch, der vielleicht sich mit dem Backrooms auskennt, was das für ein Kuchen ist. Was ist das für ein Kuchen? Ich hab Steak gefunden. Er besteht aus Gedärmen, eures verlorenen Kumpels. Nein! Und Ryan hat's gegessen. Sag mal! Keiner Küchenbrand. Dankeschön. Besteht die auch aus Gedärmen? Komm, wir machen mal ein Sandwich. Ein Sandwich geht lang. Ja! Nein! Nein! Der kommt nicht abo! Dein Sandwich verbrennt. Ähm. Äh, Leute? Machen wir selber was die Feuerwehr hoch. Okay, während die beschäftigt sind... Hast du schon mal gekocht? Ne, beschäftige ich mich damit, Leute. Der nächste wird SCP-049. Auch bekannt als... Der Seuchendoktor. Was ist jetzt hier los? Leute, irgendwie ist es hier irgendwie creepy. Und jetzt? Ich hab schlechtes... Nein, nein! Wir sind eingeschwört! 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 Das war's mit euch! Nein! Oh mein Gott, nein! Nimm mich nicht! Nein! Achso gut! Niiiiin! Oh mein Gott! Nix mehr! Buh! Nein! Er wird jetzt ein Teil! Nee! Oh mein Gott, nein! Nix mehr! Nix mehr! Oh mein Gott! Weg, 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 weg. Oh mein Gott. Ich verstehe mich jetzt, Herr Gambo. Nein. Schnell raus hier. Schnell raus hier. Schnell raus hier. Schnell raus hier, Leute. Oh mein Gott. Es werden immer weniger. Oh mein Gott. Ja, schnell loot du seine Leiche. Nein. Da ist nichts drin. Ryan, hier. Auftauch in der Statue. Die Nase immer nach oben zeigen. Ah. Ah. Oh. Deine Freundin war wieder da. Guck mal da. Guck mal da. Oh mein Gott. Aber die ist hier eingesperrt, glaube ich. Das war unfreit. Oh Gott, es wird nur crazier. Okay, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Okay, warte. Besprechung. Wer von uns geht jetzt vor? Ich bin schon vorgegangen. Ich bin eben auch vorgegangen. Ich bin eben auch vorgegangen. Ryan muss vorgehen. Ich hab meinen Finger auf der Nase. Witz dich. Ich witz dich. Dann mach ich das halt. Gambo nicht umdrehen. Welches umdrehen? Gambo. Hä? Ryan, siehst du's bei Gambo? Siehst du's? Alter, was? Ich hab Angst. Hör auf damit. Pass auf. Pass auf. Besser Gambo. Gambo, hast du... Fühlst du jemanden hinter deinen Schultern, Gambo? Nein. Nein, nein, nein. Da atmet jemand in deinen Nacken grad rein. Nein, hör auf. Du hast Mundgeruch. Ist das ekelhaft, Mann, Flo. Du machst wirklich Angst. Manipulierende Gemälde. Guck dich mal die Bilder hier an. Die sehen gut aus. Das sieht ganz gut aus. Das ist blau. Hä? Was? Das ist... Nein. Wow. Hä? Gott. Was passiert hier? Will ich nicht bei mir im Zimmer hängen haben? Gott. Lasst weiter. Oh, ist das komisch. Lasst weiter. Was ist das für ein Raum? Oh, eine Blume. Okay, einer von euch bekommt jetzt eine Blume von mir. Bitte schön. Wer will sie? Wow. Jawohl, hast du sie bekommen. Ryan, an deiner Stelle würde ich mal aufpassen. Hä? Äh, warum? Dreh dich am besten jetzt genau nicht um. Oh mein Gott, ich seh's auch. Ja, was ist da? Was ist da? Ryan, hinter dir. Ich dreh mich nicht um. Ich dreh mich nicht um. Das ist Schokolade. Ich muss hier weg. Ich kann das nicht mehr. Wenn ich das nicht seh, sieht es mich auch nicht. Oh, jetzt wird's spannend. Ryan, ich hab auch geschenkt für dich. Auch eine Blume. Stromausfall. Oh, jetzt wird's... Das wird cool. Jetzt wird's richtig dunkel gleich. Leute, weiter, weiter, weiter. Kommt mit. Oh mein Gott. Ich seh nichts. Ich seh auch nichts mehr. Easy, wo bist du? Ja. Oh, okay. Okay, zusammenbleiben. Wo kamen wir her? Wir kamen von da. Deswegen, sie sehen jetzt gerade gar nichts. Ich denke... Oh, warte. Das heißt, wir müssen hier lang. Ach, orientiert euch hier dran. Warte, nicht zu schnell. Ich seh dich nicht mehr. Ich glaub, die haben gerade blindes. Wir müssen zusammenbleiben, Leute. Ich hab euch verloren. Seid ihr noch da? Ja, ja, ja. Okay, hier lang. Ich glaub, wir sind richtig. Ich seh die, aber die sehen gerade nix. Seid ihr noch da? Ja. Ich bin noch hinter dir. Hinter euch. Ist das ein Labyrinth? Nein, nein, nein. Habt ihr das gehört? Ich bin auch lang lang. Nicht falsch abbiegen. Hä? Müssen wir jetzt lang. Nee, nicht nur das. Leider, dieses SCP-Labor geht noch lang weiter. Das wird crazy. Und hier kommt der nächste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo, Leute, Freunde. Das SCP-173. Ich sehe überall Blut. Die Statue. Leute, schau's nicht an. Was? Nein. Easy, wir sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie ist das? Oh, ich kann auch wieder gucken. Leute, schau's nicht an. Nein. Nein. Das war jetzt die Weltmeer 3. Die haben mich angeguckt, aber Easy war nicht schnell genug. Jetzt leben nur noch Gambo und Ryan. Ich geh raus. Ich geh raus. Ich geh raus. Ich geh raus. Wenn Gambo der Letzter ist, der macht sich so die Hosen. Da waren es nur noch zwei. Die Leiche von Easy gelootet? War da irgendwas cooles bei? Nee, hab ich nicht. Aber wir können nicht zurück. Wir müssen da ganz schnell auf. Zurück gehen. Nein. Nein. Wir müssen da wohin. Das Nebel. Das Nebel. Das macht weh. Versteck dich. Das ist kein Nebel. Nur, bitte, sich beide in den Busch verstecken. Ich glaube, wir können weiter. Gott. Hintergrundgeräusch. Ein reiß dich zusammen. Ich weiß, du hast Hunger. Das war nicht Ryan. Fallende Spikes. Wieder nach oben. Halt Ausschau. Was? Oh, die müssen hin. Die müssen hin. Ich glaube, ich hab was gesehen. Höh. Was? Oh. Das war knapp. Oh. Okay, still. Pass auf. Ich kenne nämlich Gumbos größte Angst, Leute. Es wird noch kommen. Man kann sich da draufsetzen. Ich bleib hier. Wie fühlt ihr euch? Man kann sich hierbleiben. Gumborion. Flo, was machst du hier wirklich? Man kann das alles nicht mehr. Bitte. Denkt ihr wirklich, dass die anderen tot sind? Vielleicht sind die noch bei euch. Vielleicht beobachten die euch in dem Moment. Was? Was? Hörst du das? Hörst du das? Das so redet doch Ryan. Das ist das nächste. Gefährlicher Boden. Was war das? Oh, pass auf. Oh mein Gott. Alter. Passt auf, wo ihr drauf tretet. Aufgespieß. Das war ja richtig knapp. Gambo, nicht, 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 nicht. Das kommt wieder. Oh. Oh. Das war knapp für Gambo. Schnell durch. Schnell durch. Schnell durch. Go, go, go. Hinter euch. Hörst du das? Irgendwas ist hinter uns, denke ich. Stimmen, glaube ich. Ich gehe gucken. Ich bin nicht zurück. Ich bin nicht drehen. Ich will auch gar nicht zurück. Aber manchmal muss man zurück. Aber die trau mich eigentlich gar nicht. Leute, und jetzt wird es richtig crazy. Was ist das denn? Das ist eine Kamera. SCP-682. Der größte. Oh mein Gott. Gambo, er laufe. No. Nein, 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 nein. Nein, der ist bei mir. Gambo, der ist bei mir. Ich verstecke mich. Doch, kommt doch nicht zu mir, Ryan. Nein. Oh mein Gott. Gambo, er laufe. Gambo, laufe, 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 laufe. Du schaffst es, du schaffst es. Weil ich... Nein, der ist bei mir. Gambo, der ist bei mir. Ich verstecke mich. Doch, kommt doch nicht zu mir, Ryan. Nein. Nein. Nicht, Ryan. Ich will das jetzt nicht alleine machen. Junge, der sah auf der Perspektive der andere richtig crazy aus. Da war es nur noch einer. Ein kleines, ängstliches Mäuschen. Oh, wie ist das krank. Komm, schau dich mal hier ein bisschen um. Vielleicht findest du einen neuen Freund. Einen neuen Freund? Ja, er versteckt sich jemand. Und es ist nicht... Hallo? Es ist nicht die Skibidi-Bob-Toilet, die da steht. Hallo? Nicht hier hinten, Gambo. Hier hinten? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. An deiner Stelle wäre ich schnell. Herunterfallen Lampe. Okay, jetzt kommen wir in den roten Bereich. Jetzt kommt der einzig wahre schwerste SCP-Bite. Kann ich mir irgendwie Hilfe besorgen? Monster-Attacke. Oh mein Gott. Komm mal, pass mal auf beim Lüft im Schacht. Ja. Oh! Da sind ein paar Leute drin. Ja, Mann. Ist doch okay hier. Habt ihr was zu essen? Gambo, die Uhr tickt. Gleich passiert was. Gleich passiert was, Gambo. Bitte nicht. Oh, da ist dein Strom ausgefallen. Und da kommt dein neuer Freund, Gambo. Hast du einen Freund? All meine Freunde sind tot. Oh, Gambo, guck mal, eine Party. Hä? Das ist so nice. Und jetzt, Gambo, jetzt kommt gleich dein Ende. Nein, 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 nein. Oh, sagst sowas nicht. Und ich werde zur SCP-999. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, oh. Ich kann mich nicht bewegen. Gambo. Boom. Oh mein Gott. Alter, das ist ja voll süß. Das war ein Spaß, Gambo. Ich bin SCP-999, ich bin freundlich. Hallo. Oh mein Gott. Alter, das war echt voll süß. Okay, Leute, jetzt haben wir ihnen falschen Glauben gegeben, dass es doch vielleicht gute SCPs gibt. Und jetzt nehmen wir alles weg. Gambo, ich bin mir an deiner Stelle nicht zu sicher. Hörst du das? Ich habe mich mit einem SCP befreut, die tun mir nichts. Was ist das? Erinnerst du dich an Verfolgt oder andere Folgen von mir, was dieser Sound bedeutet? Das heißt nichts, guck mal. Wait, Gambo, Gambo. Hier hinten, hinten. Was denn? Guck mal. Gambo. Da unten was? Du hast gerade etwas ausgelöst. Nein. Ich habe keinen Knopf gedrückt, versprochen. Oh, Gambo. Ja, wie krass. Nein, 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 nein. Du hast jemanden beschworen, Gambo. Und er verfolgt dich. Er verfolgt mich. Den wirst du nicht los. Er folgt dir dorthin, wo du bist. Nein. Ja, wie crazy ist das bitte? Das ist krank. Das ist krank. Und Leute, wenn ihr den Sound gerade eben kanntet, wisst ihr, welcher STW als nächstes kommt. Gefährlicher Lichtausfall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind überall Spikes. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Mann, ich kann hier nicht mal durchatmen. Warum mussten denn alle so? Wow. Hä? Gambo? Ich kann mich nicht bewegen. Gambo, er sieht dich. Nein, 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 nein. Wow. Gambo. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nein. Wow. Okay, Leute, und jetzt kommen wir zum Finale. Kann das alles nicht mehr? Gambo? Irgendwo muss das Ende doch sein. Kann man hier nicht raus. Denn Leute, jetzt kommt der König aller SCPs. Der größigste von allen. SCP-096. Der schüchterne Mann. Gambo, es gibt keinen Ausgang. Schau mal in den nächsten Raum. Hier muss es einen Ausgang geben. Gambo, du bist falsch abgebogen. Nein, nein, das kann nie sein. Gambo, es gibt keinen Ausgang. Hörst du es? Das kann nicht sein. Hier muss irgendwo ein Ausgang sein. Gambo, die Geräusche werden lauter. Ein Knopf. Gambo, vom Nächsten darfst du nicht das Gesicht anschauen. Nein. Oh mein Gott. Gambo. Nein. Komm her. Nein. Nein. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Gambo. Nein. Komm her. Nein. Oh mein Gott. Okay, das war wahrlich crazy. Guckt mich an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, du bist da. Du hast nur die anderen gelassen. Und Leute. Wir sind heute offiziell beim Ende der Schreckung. Komm her. Das bleibt. Wenn ihr öfter folgen habt. Wollt shop.causwitz.com würde mich mega unterstützen. Easy. Sehr ehrlich. Hast du die Hose gemacht? Ja, dreimal. Ja, kann man ein paar mehr. Drei Mal. Und drei bis zum nächsten Mal. Schreibt doch meine Kommentare. Und tschau. Leute.